Die Neunzzehnen. Hans Rieder ist Züchter und Besitzer. Engstwohlen am 18.04. geboren, hört auf den Namen Dragan. Die Karaline ist die Mutter über Mönchberg-Fobstberg-Riegel gezogen. Die Karaline ist dann abgezündet und steigt nur die Hälfte. Sie hat die Wälder und Besitzer immer wieder mit dem Wälder. Vielen Dank. Noch geht's. Noch nachher da. Noch geht's. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht.